Zunächst mal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Eine unfassbar wilde Saison, die extrem schwierige Vorzeichen hatte über die gesamte Phase hinweg. Lange Zeit keine Zuschauer, ein Auf und Ab, auch bei Ihnen noch zurückgekämpft in die Relegation. Dann der Rückschlag im Hinspiel. Wie schafft man es als Mannschaft dann in so einer Situation, im genau richtigen Moment, auf den Punkt die vielleicht beste Saisonleistung zu liefern? Irgendwie hat sich das durch die Saison gezogen. Immer wenn man mit dem Rücken zur Wand stand, haben wir so Spiele abgeliefert wie heute. Und wie man das schafft, man muss einfach dran glauben, man muss zusammenarbeiten, man muss zusammenstehen. Und das haben wir über die Saison gemacht, dass wir zusammengestanden haben als Team. Die Mannschaft war nie, nie irgendwie unterzukriegen. Und das muss man wirklich komplett hoch anrechnen, dass wir das so durchgezogen haben.